Das Tragen des Soleimani-Hakig-Steins als Anhänger, Armband oder Ring kann dazu beitragen, die negativen Auswirkungen von Rahu auszugleichen, indem es die Klarheit des Denkens, die Erdung und den Schutz vor Täuschung fördert. Es hilft dabei, sich von materialistischen Bestrebungen zu lösen und konzentriert sich auf spirituelles Wachstum und höheres Bewusstsein. Das Beste am Soleimani-Hakig-Stein ist, dass jeder diesen Stein tragen kann, denn jeder Mensch braucht grundlegende Dinge wie Glück, Reichtum und Ruhm im Leben. Jeder kann am Samstag Soleimani-Hakig mit silbernen Verzierungen tragen. Ob sie es in einem Ring oder in einem Medaillon tragen möchten, bleibt ihnen überlassen. Laut Befürwortern des Soleimani-Hakig-Steins wird angenommen, dass er positive Wirkungen hat, wie zum Beispiel die Verbesserung der geistigen Klarheit, die Bereitstellung emotionaler Stabilität, die Förderung der körperlichen Heilung und den Schutz vor negativen Energien. Es gibt jedoch keine bekannten oder dokumentierten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Stein selbst. Hilfreich bei der Stressbekämpfung Hilft dabei, den Kontakt mit göttlichen Kräften aufrecht zu erhalten und spirituelles Bewusstsein zu entfachen. Bringt Yin und Yang ins Gleichgewicht, also die positive und negative Energie. Schafft ein körperliches Gleichgewicht, das insbesondere älteren Menschen zugute kommt.